Herzlich Willkommen zurück in Space Engineers. Wir haben hier einen kleinen Besucher. So, wir wollten ja da rüber fliegen. Vier Asteroiden hier, Wahnsinn. Schön schön, aber immer noch kein Schiff gefunden. Halt, was ist das? Ne, sah jetzt fast aus wie ein Schiff. Ja, den Asteroiden da? Ne Asteroid hatte ich da gerade? Naja, ist egal. Ich wollte die eigentlich nicht außer Augen lassen, aber schon zu spät. So, was haben wir da? Die nur Iron? Ah, Datin, Uran, Glicon. 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 Ich glaube, ich tue das jedes Mal anders abändern, stelle ich gerade fest. Also abkürzen. Ich versuche so ein weißer Punkt über dem Asteroiden. So reden. Ich muss schon mal sagen diese ganzen Outposts und Stations und den ganzen Scheibenkleister Ich bin doch ja bloß alleine ohne dass da ein 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 ja irgendwas spawnt halt oder manchmal ist halt was da was die beschützen eine ganze Station riesigen Raumschiffen und so weiter also gibt schon schöne Sachen so was haben wir hier Nickel jawoll aber Nickel ist kann auch was anderes sein also die machen wir uns auf jeden Fall in der Markierung rein ja gleich noch mal ein bissel von dem Scheibenkleister einsammeln Nein nicht löschen immer noch kein Kobold gefunden ne ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, sind wir gleich da hier. Hier möchte ich nämlich bleiben im Schutze dieses Asteroiden. Falls wir hier mit kleinen Regenschauern zu rechnen haben. Hier ist Oran, sehr schön. Ok. Sonne haben wir aktuell. Wo? Sonne. Ankunft. So. Es kann losgehen. Wir bleiben erst einmal wie gesagt hier. Ein paar Sachen nämlich wieder demontieren. Und dann später wieder montieren. Wir benötigen. Wir benötigen Montageanlagen, Container, das da. Da brauchen wir auf jeden Fall Reaktor. Dann hätte ich vielleicht auch gerne einen großen. So. Läuft. Läuft, 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 läuft. Dann können wir uns aktuell noch eine nächste Montageanlage hier her setzen. Und... Ne, halt. Wie viel Stein haben wir denn eigentlich? Ohrstein. So. Oh, wo? Oh. Oh. Wir setzen uns erstmal die Montageanlage her. Wo ist er? Die ist... ...aufhandengekommen. Ah, da ist er. die hätte ich gern da hin Anzeige das müssen wir mal zur Anzeige bringen jetzt gleich mal noch Uran raus dann hätte ich gern noch einmal die Mini-Raffillerie so und dann hätte ich gern unter Produktion die zweite Montageanlage hätte ich gern das gute Werkzeug da kannst du mal durchlaufen lassen brauchen wir nämlich was Montageanlage da haben wir es schon passt vielen Dank so Werkzeuge gut ist sehr gut normalen Block und dann hätte ich hier gern nochmal so perfekt es kann losgehen wir beginnen mit einem schlink normalen Block wir bauen das jetzt hier einfach dran können wir abbauen bauen wir uns später wieder dazu so genau mal 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 Das kann sich doch sehen lassen hier. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fantastisch. Dann mal die Außenansicht. Okay. Dann mal die Außenansicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann zum Motoren. Montageanlagen. Würdest du eventuell da unterstützen? Danke. Jawohl, sehr schön. Jetzt wackelt unter Luft. Dann hätte ich gern Montageanlagen. Dann hätte ich gern den Obsidian. So, hier haben wir 5. Mit Montageanlagen hätte ich gern ein Stück. Dann hätte ich hier gern einen kleinen Frachtcontainer. Computer und Anzeigen. Anzeigen. Halt, da brauchen wir auch ein paar. Es fehlt Computer. Äh, fehlen noch ein paar. Ein paar mehr. Okay. Moon. Dann brauchen wir hier den Blast. Hätte ich gern hier hinten dran. 1, 2, 3. Okay. Dann hätte ich hier gern den Synthesizer. Hotel für welche? Ach, lass gehen, dann müssen wir das auch zusammen anfangen. Und wieder Computer- und Stahlplattenmangel. Computer- und Stahlplattenmangel. Montageanlagen. Ich würde sagen, läuft gut. Haben wir schon einen guten Anfang gemacht. 2, 4, 5, 6. Acht Stück kriegt man nicht hin. So ist er. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschau. 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 Tschau.